Während in Australien und Japan der Himmel bedeckt war, konnten sich die Nordamerikaner in der Nacht bei Klaas dem Himmel an einem astronomischen Ereignis erfreuen. Einer totalen Mondfinsternis. Diese entsteht, wenn sich der Mond vollständig in den Kernschatten der Erde schiebt und Sonnenstrahlen nicht mehr auf ihn treffen können. Zwölf Minuten lang war der Mond dieses Mal vom Schatten der Erde verdeckt, eine relativ kurze Zeit. Insgesamt dauerte das Spektakel allerdings mehrere Stunden. Wenn dann durch die Erdatmosphäre Sonnenlicht in den Schatten hineingebrochen wird, leuchtet der Erdtrabant rot und wird deshalb auch als roter Mond oder Blutmond bezeichnet. Und während einige darin ein Zeichen für das Ende der Welt sehen, ist das Spektakel für andere nur ein seltener, ergreifender Anblick. Die nächste totale Mondfinsternis, die dann auch von Deutschland aus zu sehen sein wird, findet am 28. September statt. Amen. 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 Vielen Dank.